Im heutigen Video schauen wir uns die neue Plattform von Dr. Prophet an, und zwar Stacker. Ich zeige dir, was das Ganze beinhaltet, was das Ganze denn eigentlich ist und wie viele coole Features es eigentlich hier in dieser neuen Web-Version gibt. Deswegen jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Willkommen, Brot, ich bin StanCaptain, dein Vivi OG und heute mit einem ganz besonderen Video, denn heute stelle ich euch Stacker vor. Meiner Meinung nach die beste Plattform, um momentan seine Collectibles zu tracken und unter anderem auch auf der Blockchain Transaktionen nachzusehen oder auch zum Beispiel das Leaderboard-Ablick zu behalten und zu sehen, wer was kauft eigentlich bei den Whales. Und ich würde sagen, in dem Sinne starten wir jetzt auch direkt rein in Stacker. Zum momentanen Zeitpunkt ist das Ganze hier noch mit einer Waitlist. Das heißt, ihr werdet nach und nach hier dann auch Access zu der Plattform Stacker bekommen. Ich bin schon ein glücklicher Beta-Tester, vielen Dank auf jeden Fall und Grüße gehen raus hier an den Dr. Profit, der das Ganze ermöglicht hat. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen mit der Plattform tatsächlich habe und das möchte ich auch ganz klar kommunizieren, ist, dass man sich hier momentan nur mit Twitter anmelden kann. Das ist persönlich, finde ich, sehr schade, denn das nimmt auf jeden Fall vielen Leuten hier, die das auf jeden Fall auch machen wollen. Da sind den Leuten einfach so ein bisschen die Hände gebunden. Das Ganze soll aber noch auf Telegram ausgeweitet werden. Das heißt, wir können euch in Zukunft auch hier mit Telegram dann anmelden. Das Ganze vielleicht wird auch irgendwann nochmal komplett öffentlich gemacht. Wer weiß, aber das ist auf jeden Fall der Stand bis jetzt. Ich finde es nicht super gut gelöst, aber ich denke, dass Dr. Profit das genauso weiß und dementsprechend hier auch an möglichen Lösungen arbeitet. Wenn du dich jetzt nun einloggen möchtest, klickst du natürlich oben auf Login. Du connectest dich jetzt mit deinem Twitter-Account und wir kommen in Stacker rein. Finde ich persönlich erstmal hier auch eine sehr schöne Ansicht direkt am Anfang. Wir haben hier erstmal die Top Vivi Collectibles nach der Market Cap sortiert. Wir haben hier drüben die Top Vivi Holders. Da können wir übrigens auch tatsächlich direkt reinspringen in einen Account, zum Beispiel hier. Und können uns dann zum Beispiel Transaktionen anzeigen lassen, NFTs anzeigen. Also das heißt, was er gerade auch in seiner Sammlung tatsächlich hat. Finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Sache. Und ich kann euch generell auf jeden Fall nur empfehlen, hier die ganze Plattform auch insgesamt mal wirklich komplett zu durchstöbern. Natürlich braucht das manchmal auch ein bisschen länger zum Laden. In dem Fall hier sprechen wir halt auch von 15.000 Collectibles, die so ein bisschen im Hintergrund dann gerendert werden müssen. Und von daher ist das jetzt nicht allzu schlimm. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Das finde ich persönlich sehr, sehr nice. Ansonsten haben wir noch natürlich die Top Licensers hier. Marvel mit 80 Millionen. Wir haben hier auch noch die Top Brands nach Market Cap sortiert und hier unten die Vivi Not Abled Transactions. Ansonsten haben wir auf jeden Fall hier natürlich noch weitere Tools. Wir haben einmal Collections. Dort könnt ihr nach beliebigen Collectibles suchen. Insgesamt gibt es 2543, nach denen ihr hier suchen könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch sourcieren nach Collectibles, nach Edition, zum Beispiel FE. Oder auch nach der Rarity, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und wenn ihr zum Beispiel ein Collectible gefunden habt, was ihr euch gerne anschauen möchtet, zum Beispiel hier das Eye of Wagamotto, dann haben wir hier nicht nur eine sehr, sehr schöne Ansicht mit den Metadaten über das Eye of Wagamotto, sondern auch hier drüben die Top Holder, genauso wie eine sehr schöne Übersicht über den Chart, beziehungsweise über den Preisverlauf in den letzten drei Monaten, sechs Monaten, einem Jahr oder auch zum Beispiel in den letzten zwei Jahren. Finde ich persönlich sehr, sehr gut gelöst und gibt einen sehr schönen Überblick darüber, wie dann hier eigentlich so der Preisverlauf ist. Im unteren Bereich sieht man dann unter anderem noch die letzten Transaktionen mit Mintnummer, Floorpreis und an wen das Ganze gegangen ist. Und hier drüben haben wir dann noch sozusagen die Holder nach Mintnummern, was ich persönlich auch eine sehr, sehr coole Sache finde. Was außerdem nice ist, wenn du sozusagen auch Vivi direkt offen hast, kannst du hier oben direkt auch in den Vivi Market springen, damit direkt theoretisch auch das Collectible dann kaufen. Unter dem Punkt Analytics findest du sehr viele coole Daten zu der Market Aktivität. Wir sehen zum Beispiel hier, das sind die Transaktionen hier, diese Linien, die Trades, die User Sellings, genauso wie die User Buys. Und hier können wir uns das in den letzten drei Monaten, wir können uns das aber auch auf zwei Jahresbasis anschauen im Daily Chart. Und man kann natürlich aber hier auch noch zwischen Daily, Weekly zum Beispiel, aber auch noch switchen, was das Ganze natürlich dann deutlich übersichtlicher macht. Finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Funktion und sieht auch sehr, sehr schick aus. Ansonsten gehen wir zu Leaderboards und das finde ich persönlich fast mit einer der coolsten Sachen hier überhaupt. Denn ihr könnt euch anzeigen lassen, welcher Rank ihr seid mit euren Collectibles. Ihr seht zum Beispiel Top Vivi, bin ich auf jeden Fall nicht gerade weit vorne dabei, auf Rang 8294. Bei den Collectibles sieht es nicht ganz besser aus, aber was ich sehr, sehr cool finde, hier zum Beispiel bei Star Wars bin ich Rang 2452. Finde ich persönlich ganz witzig zu sehen, okay, wo befindet man sich denn eigentlich auch mit seiner Collection. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, das ist hier nicht mein Main-Portfolio. Hier habe ich deutlich weniger Collectibles drauf, als auf meinem Main-Portfolio. Von daher ist das jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber eine witzige Übersicht, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Als nächstes haben wir noch das Dashboard und das ist sozusagen euer Account. Und da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich extrem geil gelöst, denn ihr habt hier oben mein Portfolio-Wert zum Beispiel. Ihr seht die Collectible-Anzahl, ihr seht die Comic-Anzahl, die ihr habt. Ich werde natürlich hier das Ganze an dieser Stelle mal ganz kurz ausblenden mit dem Portfolio-Wert, aber ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr, sehr schön gelöst und ist wirklich, wirklich akkurat. Wir haben jetzt hier das Vault, da sehen wir natürlich alle Collectibles, die ich jetzt habe. Wir können aber auch auf Transaktionen klicken. Hier sieht man alle Transaktionen, die in der Vergangenheit passiert sind. Wir haben aber natürlich auch nochmal My Sets und das muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir wirklich am besten. Denn hier könnt ihr einstellen, dass ihr euch alle Seasons anzeigen könnt. Und dann seht ihr nämlich alle Sets, die ihr voll habt. Finde ich persönlich ein absolut cooles Feature, denn ihr könnt nicht nur hier euch eure Sets anzeigen lassen, die ihr schon voll habt, sondern könnt auch gleichzeitig euch anzeigen lassen, welches jetzt ihr noch nicht abgeschlossen habt und wie viele fehlen. Genauso wie aber auch der Floor-Preis des Collectibles, was zum Beispiel noch gerade fehlt. Zum Beispiel hier von den Briefmarken von der USPS zu Halloween fehlt mir noch eins und das kostet 35 Gems bzw. 35 Dollar. Finde ich persönlich sehr, sehr, sehr cool gelöst und gibt einem sehr, sehr schnell einen Überblick darüber, wie viel man dann eigentlich noch rausgeben muss, um zum Beispiel dieses oder jenes Set voll zu machen. Ansonsten haben wir noch als letztes den Account und hier könnt ihr natürlich jegliche Einstellungen über euren Account treffen. Zum Beispiel Leaderboards, Transactions oder auch Community, wie ihr dort auf jeden Fall auch Informationen bekommen wollt bzw. auch angezeigt haben wollt. Das ist auf jeden Fall, ja meiner Meinung nach, ein sehr, sehr cooles Tool und kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Natürlich wird der eine oder andere jetzt vielleicht Sicherheitsbedenken haben mit Twitter, dass man sich hiermit anmelden muss. Ich persönlich glaube aber nicht, dass Dr. Profit hier in irgendeiner Weise etwas Böses im Sinne hat und vertraue mir an dieser Stelle dafür und bin da überzeugt, dass er es auch überhaupt nicht nötig hätte, da irgendwas zu machen. Von daher bin ich da sehr, sehr entspannt und das ist für mich auch die Plattform, dass wenn ich irgendwas suche oder auch tatsächlich mal meinen eigenen Account mir anschaue, dass ich dann wirklich nur Stacker benutze. Zum momentanen Zeitpunkt ist es für mich auf jeden Fall mit eine der besten Plattformen, die es im Bereich Vivi gibt. Es wird ja noch eine andere wahrscheinlich kommen im Laufe des Jahres, vielleicht auch Anfang nächsten Jahres von Omi the Clown und zum Beispiel auch der Vivi Fox, weil da muss man natürlich abwarten, was da um die Ecke kommt und was für coole Features das Ganze dann bieten wird. Aber an dieser Stelle muss ich einfach ganz klar sagen, wirklich Props für diese sehr, sehr nice Plattform an Dr. Profit. Wenn dir jetzt das ganze Video hier gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.